Es ist unbedingt nötig, dass wir an unsere Enkel und Ururenkel denken. Was wir heute machen, macht deren Lebensmöglichkeiten ziemlich kaputt. Wir müssen dringend heute anfangen, Technologien, Verhaltensweisen, Infrastrukturen, staatliche Aufgaben so zu definieren und zu verwirklichen, dass dabei etwas herauskommt, was die Enkelgeneration gut findet. Wenn wir nur Business as usual machen, werden die uns verfluchen wegen der zerstörten Erde. Das ist ja die Botschaft von Greta Thunberg. Sie übertreibt vielleicht manchmal, aber wir halten es für notwendig, dass man die großartigen Möglichkeiten des Ingenieurs, der Wissenschaft und auch der vernünftigen staatlichen Eingriffe so macht, dass dabei etwas Gutes herauskommt.